Der erste Stoff unter den Röhren liege ich. Ich sehe Menschen, die aufgeglichen ihren falschen Blättern folgen. Ich sehe Menschen, die mit ihren Händen, welche ihr Süßes hinter sich her tragen und mit Gesetze hauen die Tränen betrachten. Der Hall ihrer Stimmen scheint durch das hübschplatzierte Gewölbe in der Unendlichkeit zu verschwimmen. Die Laute ihrer Brücke benutzen mein Gehör, um durch meinen Kopf zu schweben. Durch das große Fenster und Feld rühre ich von außen nach innen. Ein Versuch mit der Künstlichkeit einzuwerden. Lautsprecher vermittelt von Mensch zu Mensch zu mir. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020